Ja, Jackie war in meiner Mädchenfußballschule in der FFC Frankfurt und wir hatten, glaube ich, eine der besten Fußballschule in Deutschland, würde ich jetzt mal so behaupten. Wir haben immer tolle Programme gemacht und sie war von Holland, ihr Vater, beziehungsweise Belkin, gekommen und jedes Jahr an Ostern, in den Sommerferien und Herbstferien hat er immer seine Tochter geschickt. Und ich habe zu Jackie damals gesagt, du wirst eine Große werden, weil sie hat so eine tolle Technik und gestern Abend hat sie das bewiesen. Ihre Technik hat zu dem 1-0 geführt, zum Vizemeistertitel für die Holländer und das freut mich natürlich ganz besonders, weil ich hatte ihr schon eine große Karriere vorhergesagt.